Wie viele natürliche Zahlen mit von 1 bis 5 unterschiedlichen Ziffern gibt es, die aus den Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 gewählt werden? Solche Zahlen mit einer einzigen Ziffer, das sind diese 5, also halten wir fest, das sind schon mal 5 Möglichkeiten. Solche Zahlen mit zwei Ziffern, das sind diese hier. Und wie viele haben wir da? Wir haben 5, 4 auf Päckchen, also gibt es hier 5 mal 4 Möglichkeiten, die zu diesen 5 hinzugerechnet werden. Solche Zahlen mit drei Ziffern sind diese, das geht aber noch weiter, aber man braucht nicht alle aufzuschreiben, um festzustellen, hier gibt es 5 mal 4 mal 3 Möglichkeiten. Solche Zahlen mit vier Ziffern, auch hier brauchen wir nicht alle aufzuschreiben, um festzustellen, dass es hier insgesamt 5 mal 4 mal 3 mal 2 Möglichkeiten gibt. Und solche Zahlen mit fünf Ziffern, deren gibt es natürlich Fakultät von 5. Also ist die Anzahl möglicher Zahlen 5 plus 20 plus 60 plus 120 plus 120 und diese Summe ergibt 325. Deshalb ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020